Hier haben wir die Deluxe Suite für vier Personen, die SA. Hier hat man halt einen richtig schönen Platz. Die sind ganz toll gemacht, so ein kleines Wohnzimmer. Begebbahler Kleiderschrank. Hier haben wir eine separate Toilette. Hier haben wir das Bad. Zwei Waschbecken. Eine Badewanne. Dusche. Superschön. Das Bett. Ganz, ganz toll. Und hier haben wir einen riesen Album Terrasse. Schön zum einsetzen. Und hier sind wir jetzt ganz vorne. Hier haben wir auch noch zwei schöne Dinge. Und hier auch nochmal sind wir gerade einlosgekommen. Ja, das macht es. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Vielen Dank. Vielen Dank.